hier bei mir auf dem kanal wir sind bei formel 1 2019 hier wird heute weitergehen wie ihr seht wir sind in monaco wir nehmen heute auch das zweite training mit weil ich werde in monaco nicht viele runden fahren gehe ich mal ganz stark von auf deswegen nehmen wir noch lieber eine trainingsrunde mit oder zwei oder drei weil ich glaube nicht dass ich im rennen durchs ziel kommen werde ich bin aktuell auch noch in der party mit dem dem ronald und der ist aktuell ja mal nach dem wetter gucken und wird aber auch nicht wieder kommen und ja sofern er geladen hat werden wir loslegen im ersten training habe ich mich eigentlich gegen trainingssession auch wenn du mit deinen einstellungen zufrieden bist sind sie für uns wichtig und testdaten zu geben der noch schon dabei mecke doch nicht rum mit mir ich kann doch nicht dafür dass ich im ersten training das auto an der rand geparkt habe so wundert euch nicht die stimme hört sich vielleicht nicht ganz so optimal an weil ich kränke etwas wir haben jetzt hier vor auch gerade real farming aufgenommen und sowas sind wir schon über eine stunde weit über eine stunde zwei stunden fast fast drei stunden aber aufnehmen ja da haut die stimme denn wenn man schon leicht kränkelt sowieso irgendwann ab also nimmt mir das nicht übel und ja wenn es euch gefällt lassen leicht da würde ich mich mega darüber freuen abo wäre auch sehr schön aber naja ist ja alles kein zwang und damit legen wir mal los mal gas hier mal gucken wo zu schaffen wie gesagt wir wollen demnächst ja auch aber ich denke mal dass wenn wir jetzt in 20ern angriff nehmen die liga aufmachen mit epics mit matthias zusammen christian macht mit ja alex macht auf jeden fall mit und mal schauen wir noch so alles mitmachen will und da muss ich natürlich auch auch monaco drauf haben irgendwann mal jeder hat sich immer extrem viel zeitling ich bin einfach immer zu unkonzentriert hier in den engen gassen das ist das problem vielleicht kommt meine kurve wo ich mich immer am meisten entschärfe das hier auf den tunnel raus diese lange zone und hier da entschärfe ich mich eigentlich immer wenn hier nicht in der nächsten doppelkurve also nicht diese sondern die danach kommt wenn diese entschärfe ich mich sonst immer das ist auch wieder eine sehr schlechte runde monaco liegt mir einfach definitiv nicht da bin ich ja noch an aserbatscham besser ich glaube wir sollten das rennen nicht aufgeben bevor wir überhaupt gestartet sind die letzte runde zeit bringt ich auf p2 p2 mit der letzten runde also schauen einfach mal was hier im rennen gerissen kriegen also 1 18 so wie war sehr sehr schlechte zeit ich glaube da war ich wirklich schon mal in den vorgängern schneller gewesen jetzt will ich ab zu 11 richtig frühzeit Du bist jetzt in den Top 10, weiter so. So, aber. Wir enden die Session. Wo sind wir denn ges... Oh, wir sind auf Platz 1 gelandet. Das hätte ich euch jetzt nicht gedacht. Okay. Toll ist er. Toll ist er. Wow, ich habe die schnellste Runde hingelegt im Training. Was? 1,17. Ich bin doch nicht so schlecht im Wundergrund. Ich meine, wenn ich es schaffen würde, egal wie, irgendwie auf den Pol zu kommen und fahre vorne gemütlich weg, habe ich kein Problem mit. Dann passiert mir nichts. Aber das wird nie passieren. Das ist das Problem. Ja, gut. Aber das Rennen entwickelt sich, Joe. Ja. Du kannst dir dann die Haufen Leute vor dir hast, oder? So, das dritte überspringen wir. Wir gehen jetzt ins Qualify. Wir setzen jetzt alles auf eine Karte. Ich glaube, ich muss jetzt mal das Fenster zu machen. So viel kalt hier. Das Fenster groß auf ist noch. Ja, ich... Eigentlich muss ich unbedingt in die Punkte kommen. Aber ich brauche ein paar Punkte. Ich hänge extrem weit hinter dem ersten hinterher. Gut, mit McLaren ist es eigentlich unwahrscheinlich, dass man sich eigentlich die Meisterschaft holt, ne? Aber man versucht es ja trotzdem. Wetter vorher sagt, es ist auf jeden Fall trocken. Nicht so wie bei Matthias und Alex in Monaco, wo es geregelt hat. Oh, 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 Monaco, echt meine Hassstrecke. Das ist auf jeden Fall eine Hassliebe. Lach nicht, das ist so. Ich kenne das so. Oh, schrecklich. Ich würde es nicht fahren. Gut, ich muss noch dazu sagen, ich habe noch kein Setup für das Auto. Ich fahre hier noch alles ohne Setup. Aber es lohnt sich eigentlich nicht mehr im... 19 ja jetzt noch ein Setup für alles einzustellen. Wann kommt denn das neue? Äh, Juni? Äh, Juli, glaube ich, oder August? Okay. Ich weiß gar nicht, wann kriege ich es geliefert? Ich habe es mir vorbestellt. Oh, ich weiß es gar nicht. Okay, denn der McLaren ist schon mal... Oh, ich habe mich voll verbremst. Also, wir werden entweder von hinten oder aus in die Mitte starten und dann müssen wir mal schauen, was wir im Rennen machen. Ich habe auch schon wieder richtig Bock mit gerissen hier. Aber wir fahren da, wir haben noch nicht die Wand touchiert. Das ist ja schon mal gut. Aber wir schreien von heute, die Runde ist noch nicht zu Ende. Okay. Oh, die war stark verbremst. Oh, Marco, du wirst nicht klicken, ich habe eine Eingebung gehabt. So. Wir sind weiter hinten, als uns geht bist. Aber mach dir deshalb keinen Kopf. Na? Und das irgendwann funktioniert. Na, siehste. Wir sind alle bereit für das Morgen. Aber bevor es los geht, werfen wir einen Kuss. Platz sitzen nur. Oh, mitten im Getümmel. Ich ahne, Schlimmes. Aber ich war noch mal schneller wie ein Quali, eher wie im Training. Aber leider waren die anderen nochmal über eine Sekunde schneller wie ich. Aber naja, wie gesagt, Monaco ist einfach nicht meine Welt. Da habe ich andere Strecken, so wie halt Bahrain, China, Kanada, Deutschland. Das sind so die Strecken, wo ich definitiv punkten werde, wo ich meistens auch gewinne. Österreich. Ich erwartete natürlich eine bessere Session. Aber so etwas passiert wohl mal. Im Rennen kannst du es wieder gut machen. Die alte hat doch mal leicht Dreh im Hintergrund, die eure Managerin. Ich habe eigentlich was besseres erwartet. Ich bin auf vier Rädern übers Ziel gefahren. Das ist doch schon mal Ziel wert. Und das ohne Frontflügelschaden oder sonst irgendwas. Es ist an der Zeit einen Blick auf die... Naja, wir werden sehen. Vielleicht ist das Rennen auch schnell vorbei. Vielleicht kriegen wir auch einen Punkt ergattert. Keine hellen Taten. Oh, schade. Ich bin doch der Held von Erbefeld. Ich bin doch der Held von Erbefeld. Na, Pot hat bestimmt Motorschaden oder sowas gekriegt. Motorwechsel. Ich müsste auch mal nachgucken. Zum nächsten Rennen könnte ich auch, denke ich, mal was Neues einbauen. Sechs Rennen. Alles mit dem ersten Motor noch. Die Bedingungen sehen im Moment stabil aus. Wir erwarten momentan keinen Regen. Oh, ich sehe. Ich glaube, ich kann mich schon mal für die Boxenrückgasse anmelden. Für die erste Runde. Die Bedingungen sehen. Ich bin doch der Held. 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 Die restlichen Fahrer nehmen ihre Positionen ein. Gedulde dich und achte auf die Startampel. Ja, ich schiebe alle Formel weg und dann passt das schon. Wow, wie habe ich das geschafft? Erste Kurve ohne Scharen am Auto. Ich habe zwar aktuell zwei Plätze verloren, aber das Auto ist immer noch heil. Ich will nicht, ob meine altbewährte Taktik hier auch ziehen könnte. Von hinten. Alles erfreut. Dass ich jetzt den Boxenstopp vorziehe und dann durch Glück an der Boxen hin an alle vorbei fahre. Wenn ich natürlich fehlerfrei fahre. Dann wäre ich Millionär. Ich wollte es. Also ich habe die erste Runde aber überstanden ohne Scharen am Auto. Für mich ist das schon mal sehr gut. Also das habe ich noch nie geschafft. Eine Runde ohne Scharen zu überstehen in Monaco. Ich riskiere es. Ich fahre jetzt in der Box. Wir versuchen daraus das Beste zu machen. Kann mir natürlich auch im Arsch beißen. Fertig. Los jetzt. Wenn wir zwei, drei sauber roten hinkriegen, sollten wir eigentlich zumindest ein paar Plätze nach vorne kommen. Sei gut zu diesen Reifen. Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Aber ich meine, wenn ich Monaco schon mal durchkomme, ist das schon mal viel wert. Obwohl, so weit weg sind die noch gar nicht vor mir und das ist doch scheiße. Tis ¡Shh, Tis! 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 Das DRS ist jetzt aktiviert und verfügbar, wenn du dich höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone befindest. Das DRS-Zone befindest. Das DRS-Zone befindest. Das DRS-Zone befindet. 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 Vielen Dank. Ich merke, man ist konzentriert, man redet kaum. Ja, ich will dir ja nicht reinreden. Ja, alles gut. So was lenke ich mir eigentlich nicht auf. Okay, gut. Außer du schreist dann irgendwann, oder wie war es beim Apex? Na scheiße, ich nagel das Spiel an der Wand. Ich spiel nie wieder Formel 1. Oder wie Michael immer abgeht, wenn der Viech verspielt. Ich... So... Y... Oh, du hast... Also er bringt es nichts, also in der Liga mitzufahren. Und weil es auch mitten in der laufenden Saison ist. Ich finde sowas immer blöd, wenn dann macht... Macht es mehr Spaß, wenn man gleich von Anfang der Saison dabei ist, ne? Ja, natürlich auch so. Schnellere Motoreinstellungen sind verfügbar. Ne, das gefällt mir nicht. Naja, wir wollen ja unsere eigenen Liga auch nochmal aufmachen. Aber ich denke mal, das passt in den Besser zum nächsten Teil jetzt. Lohnt sich jetzt für D nicht mehr. Also seh ich jetzt so. Also wie ihr seht, der Plan scheint aufzugehen. Wir sind schon mal an Kubica dran. Und da vorne fährt das Rest des Feldes. Also wenn das alles so funktioniert, wie ich es mir gedacht habe, in Boxengasse. Könnten am Ende des Rennens vielleicht doch ein paar Punkte, wenn wir uns nicht blöd anstehen, rausspringen. Gut, okay, so funktioniert es also nicht. Okay, jetzt habe ich mir gerade leider mein Flügel ein klein wenig angeschraubt. Aber alles noch im Grundbereich. Schöne den Wagen, bis wir ihn repariert haben. Wir wollen nicht, dass es sich verschlimmert. Guckt ihr, wie ihr seht, machen wir Plätze gut. Wer wäre... Oh, wer wäre, schiebt mich weg. Der zieht rüber, habt ihr das gesehen? Also ich war nun schon auf dem Main der Spur. Muss auch mal abbremsen. Aber egal, es ist nichts passiert. Wir sind noch drin, der Auto ist heil geblieben. Wir liegen auf Platz 15 schon mal. Gut, ich hätte jetzt auch Platz machen können, aber warum? Er hat ja auch keinen Platz gemacht. Aber es ist ja nichts passiert. Da ist ja keiner vom Bein ausgestiegen, da sind beide unterwegs. Beide Autos heile. Okay, der Wagen hinter dir hat einen beschädigten Frontflügel. Schaden am Frontflügel. Lando kommt unter die Box. Lando an der Box. Das kann nicht an mir liegen, dass er einen beschädigten Frontflügel hat. Denn ich bin schon lange weg. Also schon jetzt ist der Plan aufgegangen. Der Wagen hinter dir ist für Mediums in die Box gefahren. Wagen hinter dir jetzt auf Mediums. Das ist gut, dass man Nacken kann nicht viel überholen. Ja, man kann aber schnell in die Wand. Ja, das stimmt wohl. Aber das sieht bis jetzt noch sehr gut aus bei mir. Ich will jetzt noch nicht beschreiten. Also wir sind beide in der siebten Runde. Ne, in der neunten Runde von 20. Und ich bin immer noch im Rennen und liegt aktuell auf Platz 7. Das ist noch ein harter Kampf, aber ich gebe mir Mühe. Vielleicht den einen oder anderen Punkt zu bekommen. Aber das Auto rutscht mittlerweile schon ganz schön. Wir schließen zum Vordermann auf. Pass aber auf die Reifen auf. Wir machen keinen Boxenstock mehr. Wir machen meinenal- Was macht denn dir? Uiuiui, das hat auf jeden Fall nur ein hartes Stück Arbeit hier dieses Rennen, sonst ein bisschen verbremst, aber naja, gehört halt auch dazu, ein kleiner Verbremser. Was macht denn dir? Was macht denn dir? Was macht denn dir? Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 2,1 Sekunden. Das Auto hinter dir fällt langsam zurück, es bildet sich langsam eine Lücke. Oh, jetzt hat mein Frontflügelstern genommen. Das nächste Mal müssen wir an der Box, sonst landen wir gleich komplett in der Mauer. Ich könnte mir den Arsch beißen, wenn ich da rankommen würde. Und zwar so richtig. Los, los, los! Aber das geht ja relativ schnell hoch. Ja, durch einen kleinen Rutschständer, dadurch, dass die Reichen schon relativ weit runter waren, einmal eine Mauer reingerutscht und schon war der Flügel vorne Schrott. Aber bis dahin konnte ich mit auch mit den Rundenzeiten sehr zufrieden sein, das waren relativ konstante gute Rundenzeiten. Naja, wir schauen mal, es geht ja noch ein paar Rundchen. Vielleicht schade ich ja noch der eine oder andere aus. Nicht gerade dadurch, dass er mich hinten aufschieben will, Kubica, hau bloß ab, du. Schlimm. Dann haben sie sich jetzt ziemlich weiter nach vorne gehen können. Alle, die vor mir lagen, sind jetzt gerade an der Box gefahren. Also wir hätten mit Glück aufs Platz 1 landen können. Mein Plan hätte funktioniert. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Leider ist er ja doch nicht aufgegangen, weil ich halt fahr viel und so. Okay. Naja, Hülkenberg und so lange noch Platz 1 und 2, aber wäre ich jetzt nicht an der Wand tauschiert und hätte an der Box müssen, wäre weiter gefahren, wäre ich jetzt an die vorbei gewesen. Und ich bin schon wieder gegen die Wand gefahren, das gibt es ja wohl nicht. Einmal nicht aufgepasst. Okay, geh sanfter mit dem Wagen um. So viel Schaden verträgt er auf Dauer nicht. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 3,9 Sekunden. So, der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 16,5 Sekunden. Benzinplanziel ist plus 1, schnellere Motoreinstellungen sind verfügbar. Und er перемgelt wird bei 19,5 Sekunden für den Tempel Lastussual. Jetzt siehttsam aus. Ach ja, so ist denn alles. Na ja, wir schieben es ja mit der Unachtsamkeit darauf, dass es schon so spät ist, ne? Genau, was ich auch jetzt... Und wir schon ein paar Aufnahmen heute fertig haben. Gut, das letzte Mal hier ein Bild machen. Wie rund hast du noch? Ich bin jetzt am 17. von 20. Okay. Und ich mache aktuell sogar mal wieder Plätze gut. Und ich habe die schnellste Rundenzeit, denke ich, wie kommt denn das? Mit kaputten Flügel. Wie kommt denn das? Aber leider bringt mir die schnellste Rundenzeit nichts, wenn ich nicht in der Top 10 bin. Okay, hier ist Jeff, kannst du mich hören? Na, ich glaube, das war doch die Saison, wo, wenn du in der Top 10 bist, die schnellste Rundenzeitpässe, kriegst du einen Punkt extra. Das kann ich dir nicht sagen. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Hey, die Witzkopf sieht das schön aus. Image. Wie kriegt man denn das qualitativ noch ein bisschen besser? So. Gut, gut gemacht. Schön überholt. Ich bin selber da. Hm. Naja, was so zwei, drei dumme Fahrfehler ausmachen können, ne? Das ist echt ärgerlich. Auf etwa drei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Also wir hätten voll vorne drin landen können auf den ersten drei Plätzen. Wenn mir diese dämliche Fahrfehler nicht passiert wäre. Ah, vielleicht sollte ich Formel 1 wirklich mal früher aufnehmen, mich immer abends zu spät. Wäre vielleicht hilfreicher. Aber naja, nun ist es passiert. Wir sind aber immer, also ich bin sehr zufrieden mit Monaco. Ich hätte nicht gedacht, dass ich überhaupt durchkomme. Also ich hätte eher gerechnet erste, zweite, vielleicht drei Runden und dann ist für mich Feierabend. Aber aktuell sind wir eine 18. Runde drin, ne? Oder 19. Und wir fahren immer noch. Und wir sind aktuell auf demselben Platz unterwegs, wie wir gestartet sind. Also es ist für mich keine so schlechte Aufbeute. Wie gesagt, jeder der mich kennt, weiß genau was das für eine Hassliebe Monaco ist. Ich hasse diese Strecke echt abgrundtief. Ich habe bis jetzt ein einziges Rennen geschafft, wo ich durchgekommen bin. Und das war auch noch ein Multiplayer. Und das, dies hier also so viele Runden durchzuhalten, doch schon ein sehr großer Erfolg für mich. Ich werde jetzt auch nichts mehr riskieren, um auszuscheinen, um nur mit Gewalt noch an Riccardo vorbeizukommen. Aber der 13. Platz bringt mir eh nicht mehr. Der 13. Platz bringt mir eh nicht mehr. Ich werde das Ding einfach nur nach Hause schaukeln hier. Der 13. Platz bringt mir. Die Extra. Dank god. Bitte ist es sehr, sehr sicher. ich habe auf die schulter klopfen im gegensatz zu matthias und alex komme ich durch ja ich sag das ist das zweite mal im monaco dass ich das rennen mit der karierten zielflagge beende einmal damals im multiplayer wo das mit patrick und kohle zusammengefahren haben und jetzt und das auch nur mit zwei boxen sonst damals im multiplayer weiß ich habe ich acht oder neun boxen jetzt aber den platz quasi gehalten mit dem wir gestartet sind platz sitzen wir noch weiter weg von uns aber naja wir schauen uns mal die rangen wir liegen immer noch auf platz 2 aktuell mit bottas auf dem selben platz aber gut damit sind wir auch am ende von dieser folge wenn es euch gefallen hat lassen like da würde ich mich sehr über freund und damit bin ich raus und wir sehen uns beim nächsten mal wieder ciao ciao